Und er kam gegen Kapernaum, in die Stadt Galiläas, und lehrte sie am Sabbat, und sie verwunderten sich seiner Lehre, denn seine Rede war gewaltig, und es war ein Mensch in der Schule, besessen mit einem unsauberen Teufel, der schrie laut und sprach, Halt, was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus von Nazareth? Du bist gekommen uns zu verderben. Ich weiß wer du bist, der Heilige Gottes, und Jesus bedrohte ihn und sprach, Verstumme und fahre aus von ihm. Und der Teufel warf ihn mitten unter sie und fuhr von ihm aus und tat ihm keinen Schaden, und es kam eine Furcht über sie alle, und redeten miteinander und sprachen, Was ist das für ein Ding? Er gebietet mit Macht und Gewalt den unsauberen Geistern, und sie fahren aus, und es erscholl sein Gerücht in alle Örter des umliegenden Landes, und er stand auf aus der Schule und kam in Simons Haus. Und Simons Schwiegermutter war mit einem harten Fieber behaftet, und sie baten ihn für sie, und er trat zu ihr und gebot dem Fieber, und es verließ sie. Und alsbald stand sie auf und diente ihnen, und da die Sonne untergegangen war, brachten alle, die Kranke hatten mit mancherlei Seuchen, sie zu ihm. Und er legte auf einen jeglichen die Hände und machte sie gesund, und es fuhren auch die Teufel aus von vielen, schrien und sprachen, Du bist Christus, der Sohn Gottes. Und er bedrohte sie und ließ sie nicht reden, denn sie wussten, dass er Christus war, da es aber Tag ward, ging er hinaus an eine Wüstestätte, und das Volk suchte ihn, und sie kamen zu ihm und hielten ihn auf, dass er nicht von ihnen ginge, er sprach aber zu ihnen. Ich muss auch anderen Städten das Evangelium verkündigen vom Reiche Gottes, denn dazu bin ich gesandt, und er predigte in den Schulen Galileas. Ich muss auch anderen Städten das Evangelium verkündigen vom Reiche Gottes,